Oh, okay Es gab 230 Platin Und das Platin ist eigentlich Echtgeldzeug oder was? Ja Na super Aber ich denke mal man kann alles auch mit Ingame-Währung kaufen Nicht alles Diese Mission-Packs die musst du tatsächlich mit Platin kaufen oder halt mal mit Season-Pass Mission-Packs Ja, diese Story-DLCs, die sie veröffentlichen wollen wo der erste schon draußen ist Achso, du Das heißt, du kannst die DLCs entweder normal kaufen oder über die Platin Ja, wobei das Platin halt Echtgeld kostet Also entweder du nimmst den Season-Pass, dann kriegst du das automatisch freigeschaltet, wo du musst es halt durch Platin kaufen Okay Gut, aber ich hab jetzt wieder nichts bekommen was mir irgendwie groß von Nutzen ist Print-Tempo GK-Dauer Das kannst du mich langsam machen Überall steht was von GK Okay, eine zweite Konfiguration freigeschalten eine dritte, ah, okay Ähm So, mehr Pakete haben wir nicht Wir können aber Sachen verkaufen und kaufen Guck mal, Alani da 47.500 Das ist 47.000 Okay Du müsstest doch langsam mal dein Inventar lehren Ja Du meinst, ich soll die Sachen hier verkaufen Ein paar Stück schon Ich weiß nicht, was passiert, wenn du Ausrüstungsgegenstände aufsammelst, aber keinen Platz mehr hast Ich weiß es auch nicht Warte mal, muss ich das doppelt bestätigen mit Verkaufen? Ach du Schande Na toll Äh, so lange mit meinen Finger gar nicht Die grauen Sachen kann ich erstmal loswerden, ne? Du hast deine schon verkauft, oder was? Ja Ich glaub die grünen Sachen, die kann ich auch raushauen Ich hab erstmal nur das Grau Ähm X, geht nicht Warum könnt ihr es nicht mehr verkaufen? Sortierung wählen Was denn jetzt? Ich hänge gerade irgendwie Ausrüstung Okay Grün X Jetzt geht's wieder an Achso, das Graue wollte ich auch verkaufen Ich mach jetzt mal richtig Platz hier Äh, nein, verdammt Was hatte ich denn drin? Ich hab jetzt irgendwas rausgenommen Das hier bestimmt Da Ich hab schon heute irgendwas rausgenommen Was ich nicht rausnehmen wollte Und das war was grünes Einzige grüne teile, die ich drin hatte Maaan Super Was fehlt mir jetzt? Spielstärke brauche ich nicht Spin-Tempo brauchen wir nicht, Bonus-Splitter könnte man reinnehmen Das habe ich schon drin Schild Bewegungstempo So Ich habe sie doch eigentlich auch gespeichert und ich hätte sie auch unterladen können Egal Gut Wir haben schon noch einen neuen Titel bekommen Ne, ist immer noch der alte, aber ich finde den nicht Bin zu blöd Sucher, Todbringer Der ist irgendwo versteckt So viel lässt ja noch nicht zur Auswahl, oder? Ne, aber es wird mir immer noch eins angezeigt Von daher Ja Hast du Meine Gute war nur am schniefen Oh, da gibt's Beef Gut Gut Und das Observatorium will den Sentinel lieber tot sehen, als in Rendeins Händen Jetzt ratet mal, was wir heute für einen super Job bekommen Wer den Held meiner Kindheit killen geraten hat, hat gewonnen Ja Übliche Verdächtige Ja Ja Flamingo Blume Hm Hm Ich habe Grippe Wow Skull hat Grippe Da kommst du hierher? Na gut Ja So, und danach spielen wir die Story Mission mit den anderen Charakteren, oder was? Haha Bis wir alle durch haben Okay Natürlich Vorher machst du den Spring nicht aus Haha Äh, du, ich war heute nicht einkaufen, ich muss morgen früh Ich dachte, du wolltest einkaufen Wollte ich, ja Aber ich habe noch Tee gefunden Warte, und das? Der Sentinel wird angefressen sein Ähm, ich glaube, die machen da gerade irgendwas kaputt, oder? Oh, du warst ja gestern nach einkaufen, hoffentlich Oh, das Schiff ist kaputt Ja Jetzt kann ich was dazu sagen, aber was passiert eigentlich, wenn wir uns beide hier herstellen? Gibt's da irgendeinen Bonus? Das ist unsere Wiedereinstiegsplattform Das ist doch kacke, da will ich nicht hin Wer hat das vorgeschlagen? Wer hat das vorgeschlagen? War das dein Vorschlag gerade? Ich habe schon wieder Leben verloren Hat mir irgendwas getroffen? Hat mir jemand angefasst? Der Schild muss weg bevor ihr rein könnt Die Energiequelle muss irgendwo in der Nähe sein Ach du Scheiße Okay Lange Rede kurzer Sinn Ich bleib noch ein bisschen hier oben, boah Ich bin sicherer Entfernung Oh, du kannst aber hoch springen Aber nicht hoch genug, mein Freund Na, na, na Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen Bleib zu stehen Junge, ich bin hier Aha Wo schaltet man die Schilder aus? Äh, siehst du irgendwas? Ich glaube ich kann runterkommen, oder? Die Gefahr ist vorbei Irgendwer schießt auf mich Wer schießt denn hier auf mich? Ach guck an, was ist denn das? Aua Was? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet Jetzt sind wir beide da und, na super Äh, wachst du hier oben auf? Wir sind unvorsichtig Oder ich jedenfalls Offensichtlich Der Typ da ist aber fast down Und da gibt's Splitter Die Jagd kann beginnen Okay So weit reicht's nicht? Das kann doch nicht wahr sein Nicht nochmal, mein Freund, ja? Das gibt's nicht nochmal Hallo! So Ich mach dir jetzt alle platt Äh, nach dem Skill Nackt Selfie Nackt Selfie Was? Hab ich noch nicht? Dann mach uns halt so Ja, verdammt Ich sterbe schon wieder Die mit dem Schild Krieg ich nicht Platz Boah! Boah! Der Camp ist mit dir Hast du was gesagt? Nein Alles gut Hab ich gesagt, alles gut Läuft Ich hätte vielleicht auch Geschütze machen können, ne? Ähm Ach Quatsch Okay Okay, hier oben wird mir noch angezeigt Dass hier noch Splitter sind Ich glaub hier ist bestimmt direkt in die Falle rein Was sind denn hier die Splitter hin? Was? Können die denn unten sein? Hast du die gerade hier? Du hast die! Wow! Ok, kommen wir hier vorbei? Ja, von hinten Du hast versteckt? Außer Feinde. Hallo, meine Freunde. Na, ihr Leiteigenen? Das kann doch nicht wahr sein. Keine Gnade, mein Freund. Okay, Agariel stirbt gerade wieder. Granaten sind unfair. Wow. Kommst nicht hin, ne? Das sieht schlecht aus. Gegen den mit dem Schild habe ich kaum eine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Stürmt der auch noch auf mich zu, ja? Oh, jetzt ist er auch down. Jetzt, verdammt. Aber es wäre eh zu spät gewesen. Da grennt ein viele Grüße. Okay, seid da drin vorsichtig. Die Ältere, die das gebaut haben, waren ganz anders als die von heute. Ganz klar große Fans von Todesfallen. Todesfallen, das klingt ja sehr süß. Was, Julchen ist für alle da? Nur meine Julchen. Was sind das ja eigentlich? Kisten, die man öffnen kann? Nee, oder? Du hast den Kontrollpunkt aktiviert. Ist das etwa soweit? Ähm, kauf mir mal eben das Waren. Ich überlege gerade, ob wir vorher die Geschütze aufbauen, oder? Ja, ich habe keine... Zu spät. Ich habe mich gerade, äh, ähm... Aufgewertet. So ein bisschen. Wenn wir sterben, sterben wir gemeinsam. Ist egal. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht weitergeht. Sie haben nur gesagt, dass dieser Ort gefährlich ist, aber... Verdammt! Selbst das Imperium hat Probleme. Aber wir können nicht mehr zurück. Wir sollten vermutlich jetzt umkehren. Ähm... Sie scherzt. Nur weil es ein Witz wollte. Klappe Nova. Feststeckender Aufzug. Kein gutes Zeichen. Wie du feststecken? Wird du doch unten am Boden angekommen, oder? Oh! Kommt hier noch mehr? Ist schön. War das etwa schon alles? Suka. Ich bin nur in meiner Rolle, ja? Offensichtlich bin ich nur Russin. Oh! Armselig! Armselig! Nicht schnell! Ich kann nicht aufhören, an meinem Bart zu spielen. Ist egal. Such dir eine Freundin. Der arme Bart. Oh, hier gibt es Splitter. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Ha, ha, ha! Trottel! 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 Hi! Sei mal netter zu mir, ja? Trottel! Trottel! Ja, manchmal packen, äh, klappen die kritischen Treffer. Aber halt noch manchmal. Das ist jetzt auch ein bisschen fies, Freunde. Trottel! Was? Der Zorn liegt in der Natur! Es geht langsam voran, Sir, aber bei diesem Korridor habe ich ein gutes Gefühl. Die Wände, die Wände stützen schnell bevor. Team 6 melden, Team 8. Verdammt. Okay, schon okay. Wir versuchen es erneut. Alle guten Dinge sind sieben. Zagrenn dein viele Grüße. Okay, die bekämpfen sich zwar gegenseitig, aber ich glaube, egal wer gewinnt, der andere wird uns dann hauen, oder?